Wie im vergangenen Jahr sind wir sicher alle zufrieden. Was würdest du da antworten? Niemand weiß es. Selbst Profis wie Bjarne Ries sind nervös. Mit diesen Rädern werden sie morgen beim Prolog antreten. Eigentlich sollten Ulrich und Ries auf nagelneuen Carbon-Zeit-Fahrmaschinen starten. Aber das dürfen sie nicht. Weil das Hinterrad zu stark verkleidet sei, hat sie der Radsport-Weltverband 24 Stunden vor dem Start verboten. Samstag, 5. Juli. Jan Ulrich geht mit dem alten Zeitfahrrad auf die 7,3 Kilometer des Prologs. Chris Boardman wird am Ziel genau 1,8 Sekunden schneller sein. Ulrich wird nur Zweiter. Hätte das verbotene Wunderrad den Sieg gebracht? Radsport im Hightech-Zeitalter. Welchen Anteil haben Wissenschaft, Technik und Medizin am Erfolg? Oh, ich hatte das Bibel. H Order. Wenn du jetzt hier nach vorne rutschst und vorne auch runter gehst, sind ja die Winkel Die Baleareninsel ist in der Baleareninsel und in der Baleareninsel ist in der Baleareninsel Das ist traditionelles Trainingsquartier des Teams Telekom. Kilometerfressen ist angesagt. Grundlagen-Ausdauertraining zum Beginn der neuen Saison Pinarello hat ihm neuen Dienstfahrzeuge geliefert. Für die Mechaniker jede Menge Arbeit, die Sonderwünsche der Fahrer zu erfüllen Die komplette Mannschaft samt Mechanikern und Betreuern trifft hier zum ersten und einzigen Mal in der Saison zusammen Mallorca bedeutet daher nicht nur zwei Wochen verbissenes Training, sondern auch Zeit zum Beschnuppern und Kennen Schließlich ist Radfahren ein Mannschaftssport Technikverliebt sind sie alle Nicht nur Werkzeugmacher Rolf Aldag Mit westfälischem Humor ist er auch offen für originelle Neukonstruktionen Die Länge passt gut Das wäre perfekt Aber die höher noch nicht Andersrum ist besser Die 9-fach Zahngrenze von Campagnolo, im vergangenen Jahr die Techniküberraschung der Tour, sind heute Standard Extrem feine Abstufungen werden möglich, zwischen 12 und 21 Zähnen Größere Ritzel brauchen die Profis selbst in den Alten nicht Campagnolo Hinter dem Mythos verbirgt sich ein Hightech-Produktions- und Entwicklungszentrum im italienischen Vicenza Ritzel und Achsen aus Titan machen die neue 9-fach Gruppe deutlich leichter als das Vorgängermodell Die schmale Spezialkette stellt Campagnolo erstmals in der Firmengeschichte selbst her Leichter Lauf und leichtes Gewicht Bei aller Automatisierung übernimmt das Einstellen der Lager immer noch ein Mensch aus Fleisch und Blut Die Komponenten der Zukunft entstehen im Computer Allerdings lassen sich die Ingenieure im streng abgestürmten Entwicklungszentrum nur ungern über die Schulter schauen Immer mehr Gänge, immer leichtere Komponenten waren bisher der Trend Dass auch hier, wie bei anderen Herstellern, über elektronische oder hydraulische Schaltungen nachgedacht wird, will man uns nicht zeigen Es scheint aber nur eine Frage der Zeit, wann diese erste wirkliche Neuerung seit Tullio Campagnolos Zeiten präsentiert wird Nicht die Gangschaltung, sondern diese Schnellspannnabe war das erste Produkt des Firmengründers In den 20er Jahren waren Schaltungen verboten Das Hinterrad trug rechts und links ein Ritzel Vor dem Berg musste es gedreht werden Rennfahrer Tullio Campagnolo bekam an einem verschneiten Pass wegen Klammerfinger die Flügelschrauben nicht auf Und er fand die Schnellspannnabe Später folgte die erste Schaltung Einen Hebel zum Umlegen, der andere zum Nachspannen der Kette Von Schaltungsergonomie war noch keine Rede Technisch möglich waren Schaltungen schon länger Der Radsport-Weltverband hatte sie jahrelang verboten 150 bis 250 Kilometer pro Tag Jeden vierten Tag eine kürzere Erholungsetappe Die Telekom Radler kennen Mallorca wie ihre Westentasche Wundernahrung brauchen sie für ihre Ausflüge nicht Ohne strengen Speiseplan bedienen sich die Profis am Hotelbuffet Sie sind selbst vernünftig genug auf viele Kohlenhydrate und wenig Fett zu achten Erlaubt ist, was schmeckt Ein guter Indikator für das, was dem Körper fehlt Berge von Spaghetti gibt es nur bei den großen Rundfahrten 260 Kilometer stehen heute auf dem Programm Zum Beginn der Saison ist das auch für Berufsfahrer keine Ausflugsfahrt Die Trikottaschen werden gefüllt Die Pulsuhr gehört zum Standard Wie in allen Ausdauersportarten Während viele italienische Teamärzte ihren Fahrern genaue Herzfrequenzbereiche für das Training vorgeben und sogar die abgespeicherten Daten kontrollieren läuft die Trainingsplanung beim Team Telekom lockerer ab Nur Jan Ulrich hat einen eigenen Trainer Die übrigen Fahrer planen ihre Touren in Abstimmung mit den Teamärzten in eigener Verantwortung Wir können den Fahrern eigentlich gar nicht vorschreiben Jetzt fahrt ihr 220 Kilometer und davon 180 mit der Herzfrequenz bis 140 Wir können es ihnen vorschlagen und wir besprechen es mit den Fahrern und wenn es ihnen einsichtig ist, dann fahren sie es und wenn es ihnen nicht einsichtig ist, dann sprechen wir das auch anders ab Leistungstest an der Uniklinik Freiburg Wenige Wochen vor dem Trainingslager auf Mallorca hat sich hier offenbart, wie fit die Sportler über den Winter gekommen sind Bert Dietz quält sich über den Stufentest Bei ständig steigender Belastung werden Herzfrequenz und die Konzentration von Laktat, Milchsäure im Blut gemessen Wie viel Milchsäure bei welcher Belastung entsteht und wie schnell sie wieder abgebaut wird gibt Anhaltspunkte für die Ausdauerleistungsfähigkeit des Sportlers Mit steigender Belastung steigen Herzfrequenz und Laktatkonzentration in charakteristischer Weise an Aus der Laktatkurve lassen sich Bereiche ableiten, bei denen sich im Muskel jeweils die Art der Energiebereitstellung ändert Ganz grob lassen sich dem bestimmte Herzfrequenzbereiche zuordnen, nach denen sich gezielt trainieren lässt Die Daten bilden die Grundlage für die Trainingsplanung der nächsten Wochen Falsche Höflichkeit wäre bei der Diskussion der Ergebnisse fehl am Platz Eine Minute 360 Watt Da bleibt ein bisschen was zu tun noch auf Mallorca Wenige Kilometer entfernt, fast zur gleichen Zeit Im Radlabor der Uni Freiburg unterziehen sich die Radamateure ihrem Leistungstest Die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit ist für die Teamärzte ebenso interessant wie die Laktatkurve Gleichzeitig wird die Aktivität aller beim Treten beteiligten Muskeln abgeleitet Ebenfalls registriert wird, wie rund der Sportler das Pedaltritt welche Kraft er bei welcher Pedalstellung aufbringt Grundlage für eine genaue Analyse der Trettechnik Solche Untersuchungen kommen allerdings nur den Amateuren zugute Profis trifft man in der Regel im Freiburger Radlabor nicht Das Problem ist hier, das dürfte nicht passieren Da bremst ich sogar noch, oder? Genau, du bremst in diesem Moment das Pedal Fertig, hopp! Bert Dietz macht eine Ausnahme Nach einer Verletzung im vergangenen Jahr meint er in einem Bein weniger Kraft zu verspüren als in dem anderen Die Freiburger Sportwissenschaftler versuchen sein Gefühl zu objektivieren Wäre eine solche sportwissenschaftliche Betreuung nicht auch für Profis sinnvoll? Und zwar nicht nur dann, wenn es Probleme gibt? Es fehlt einfach die Zeit jetzt da irgendwo in der Saison zu sagen, alle vier Wochen oder alle fünf Wochen jetzt mal hier so einen Test zu fahren Ansonsten muss man eben fit sein und muss einfach schnell Radfahren können Und das möglichst immer die ganze Saison über durch Und alles andere ist eigentlich mehr oder weniger nebensächlich Ergometrien und ähnliches würde ich eigentlich schon viel lieber öfter machen Einfach um da ein bisschen Konstanz reinzubringen Um zu sagen, okay, man kann das und das daraus schließen Trainingstand und so weiter Man ist sonst manchmal schon unsicher, es läuft nicht perfekt Wo dran klemmt es jetzt eigentlich? Aber es ist oft eigentlich ein Zeitmangel Denn wir haben also im Schnitt denke ich Rennfahrer, die werden also Alle so um die 120, 130 Renntage haben Und da bleibt einfach wenig Zeit für wissenschaftliche Sachen Einfach Schnellradfahren verlangt der Sponsor Von den meisten der 16 Fahrer im Team die ganze Saison über Nur die Stars dürfen sich auf die Tour de France konzentrieren Zeit für Wissenschaft auf schmalen Reifen Hat allenfalls Teamarzt Lothar Heinrich Er hat die Ergebnisse der Leistungsdiagnostik mit nach Mallorca gebracht Zusammen mit dem sportlichen Co-Leiter Rüdi Pevenage Werden Training und auch schon die Renneinsätze geplant Die Fahrer, die schon in den ersten Rennen Sieger einfahren sollen, müssen schon auf Mallorca intensiver ran Der Harnstofftest soll verhindern, dass die Fahrer dabei zu viel des Guten tun Wird der Körper zu sehr gefordert Beginnt er seine eigenen Proteine abzubauen und in Energie umzusetzen Krankheiten und Infekte sind dann die Folge Der Trainingserfolg wird in sein Gegenteil verkehrt Aufgabe der Teamärzte ist es dem vorzubeugen Und den Übereifer gerade jüngerer Profis zu bremsen Der morgendliche Wert ist dann auch schon ausschlaggebend Häufig für die Trainingsbelastung am jeweiligen Tag Das heißt also bei hohen Harnstoffwerten wird die Trainingsintensität reduziert Bei niedrigen Harnstoffwerten kann man das Training weiter so gestalten wie geplant Der Chef im Team weiß, dass er sich auf sein eigenes Körpergefühl verlassen kann Unter Mauern lässt er sich das allerdings vom Computer Schon im zweiten Jahr vertraut Bjarne Ries auf das Schoberer Trainingssystem Das er sogar in den meisten Rennen einsetzt Neben Herz und Trittfrequenz, Geschwindigkeit und zurückgelegter Strecke Zeigt ihm der Computer ständig die Leistung in Watt an Der Wert, um den es beim Training letztlich geht Uli Schoberer aus Jülich ist Erfinder und Hersteller des Messsystems Bestehend aus einem Spezialkettenblatt und dem Computer am Lenkrad In der Wissenschaft und bei den Profis in Italien ist sein System schon länger ein Begriff Inzwischen haben auch zehn Fahrer aus dem Team Telekom bei Schoberer eingekauft Sämtliche Messdaten werden während der Fahrt gespeichert und lassen sich anschließend in einen normalen PC einlesen Auf einen Blick zeigt sich so die Entwicklung des Leistungsvermögens Also die Idee kam mir, das war ungefähr so 85, 86 Das war in der Zeit, als auch die Herzfrequenzmesser populär wurden Da war die Idee die, dass im Endeffekt durch das Training eine Leistungssteigerung erfolgen soll Und das ist eigentlich das, der Parameter ist, der wichtig ist Nicht so die Herzfrequenz und nicht die Geschwindigkeit und nicht so die Dätsfrequenz Das ist eigentlich die Leistung an sich Da habe ich mir überlegt, wie man halt am Fahrrad mobil im Freien die Leistung erfassen kann Ich bin halt also zum Schluss gekommen, dass das am Tretlager sein muss, weil das auch direkt der Angriffspunkt ist Und habe dann im Laufe der Zeit den Powermeter entwickelt, der mit Hilfe von dem Mischstreifen die Leistung misst Das Spezialkettenblatt, der Powermeter, registriert die leichte Verformung des Metalls beim Tritt auf die Pedale Zusammen mit der Trittfrequenz wird daraus die Leistung errechnet Mehr Watt bei gleicher Herzfrequenz bedeutet Trainingserfolg Das SRM System, in einfacher Ausführung 3500 DM teuer, macht aus dem Fahrrad ein mobiles Ergometer, wenn es richtig eingesetzt wird Das Ideal ist natürlich, wenn ein Profi selbst sich das selbst auswertet und seine eigenen Erfahrungen sammelt Die zweite Möglichkeit ist, dass der Sportler dann die Daten, sei es mittels E-Mail oder Internet oder auch auf Diskette seinem Arzt schickt Und der ihm aufgrund dieser Daten dann immer wieder den neuesten oder den besten Trainingsplan zusammenstellt Bjarne Ries sitzt allabendlich selbst vor dem Computer Ich kann das immer ablesen, wie und wo ich stehe Und ich würde sagen, für mich ist das der beste Trainingspartner Auf der Radrennbahn von Palma de Mallorca versucht Ries seine Aerodynamik auf dem Zeitfahrrad zu verbessern Welche Laufräder bieten den geringsten Luftwiderstand und welche Sitzposition ist optimal? Ries hat dafür Uli Schoberer als persönlichen Berater engagiert Die vom Fahrradcomputer aufgezeichneten Daten zeigen auf das Watt genau, in welcher Haltung, mit welchem Aufbau Ries am wenigsten Leistung für die gleiche Geschwindigkeit aufwenden musste Die Daten des Schoberer-Systems sind viel realistischer als reine Windkanaltests Zwischen jeder Testfahrt wird der Aufbau des Rades geändert Der Radsport-Weltverband macht aber allerdings enge Vorgaben Die Hände etwa dürfen nur 5 cm vor der Vorderradnabe liegen Für große Fahrer wie Ries ein Nachteil Perfektes Körpergefühl und der geballte Einsatz von Wissenschaft und Technik Machen den letztjährigen Tour de France Sieger und diesjährigen Favoriten zu einer Ausnahmeerscheinung im Radsport Ich habe viel ausprobiert und ich habe die Meinung, wenn ich es nicht schlecht tut, dann warum nicht probieren Und sehen, ob ich mich verbessern kann Die Meinung habe ich immer Ich bin immer frei und offen für neue Sachen Nach einem guten Dutzend Fahrten ist die optimale Position gefunden Bei den Laufrädern hat sich wieder mal die Scheibe im Hinterrad als unschlagbar erwiesen Das ist einfach wichtig für die Zeitfahrer Wo es wirklich dann auf die Sekunden ankommt Für die Fahrer, die natürlich in der Gesamtwertung nie die große Rolle spielen werden Spielt es auch hier solche Tests keine große Rolle Also für Erik Zabel zum Beispiel ist es nicht so wichtig Das ist klar, für den ist einfach wichtig, dass der Rahmen sehr steif und sehr fest ist Einfach, um dass er die Kraft auf die Straße bringt innerhalb kurzer Zeit Aber der braucht jetzt nicht seine Aerodynamik deutlich zu verbessern Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Radsportverband bis zum Tourstart nicht noch neue Regelungen überlegt hat Gute Aerodynamik Für die meisten Fahrer das wichtigste beim Zeitfahren Einige aber sind unbekümmerter und siegen trotzdem Das waren, glaube ich, an dem Tag knapp 40 Grad Und so ein Helm bringt zwar unwahrscheinlich was für die Aerodynamik Aber das war mir in dem Moment erstmal nicht so wichtig Also das Wichtiger war, dass ich gut durch die Hitze komme Und nicht noch so einen Helm habe, wo ich noch extra schwitze oder extra keine Luft unterkriege Dass dann der Sieg rausgesprungen ist, ja Also das mit der ganzen Aerodynamik ein bisschen locker gesehen Aber ich habe natürlich schon von Anfang an maximal gefahren Man muss sich auf dem Rad wohlfühlen, sage ich mal Das ist das Nummer eins Wenn ich da eine aerodynamische Position habe, wo ich sehr sehr viel Luftwiderstand sparen kann Und fühle mich da überhaupt nicht wohl drauf Mir klemmt alles ab und die Muskeln tun weh mit der Position Dann bringt die nichts Ja, also ich muss mich schon ein bisschen wohl drauf fühlen Und natürlich auch auf diese aerodynamische Position achten, ganz klar Wenn die Beine und so nicht gut sind, dann kannst du das beste Material haben Das bleibt immer so Nicht die Maschine, aber die Rennfahrer kommt auf den ersten Platz So ist das und so bleibt das, denke ich Nicht nur die technische Ausrüstung, auch das wertvolle persönliche Betriebskapital der Rennfahrer bekommt daher gebührende Pflege Bei Erik Zabel meint es die Natur besonders gut mit einer bestimmten Art von Muskelfasern, die ihm besondere Schnellkraft verleihen Spezial-Sprint-Training braucht er nicht Und das Material muss vor allem eins Seinem kräftigen Tritt standhalten Der letzte technische Schrei ist dann nicht gefragt Also ich bin doch eher so ein konservativer Typ Ja, also selbst bei mir mit allen Sachen, die jetzt so neu kamen Denken wir jetzt nur mal an die Aufsätze oder jetzt diese halben Aufsätze, die im Straßenrennen gefahren wären Da bin ich doch im Grunde immer einer der Letzten gewesen, die das so mit benutzt haben Das ist halt immer diesen Mittelweg, den man finden muss zwischen den neuesten technischen Errungenschaften im Radsport Und Sachen, die sich über Jahre bewährt haben Mallorca im Januar ist die letzte eigentliche Trainingsphase des Teams Ab Februar sind die Rennen das Training Ich habe meine Rennen bis Mai mal in den Kalender eingetragen Und da ist natürlich mal eine Woche Luft drin Und ansonsten ist eigentlich immer Sonntag nach Hause kommen Dienstagmorgen wieder wegfliegen, Mittwoch bis Sonntag wieder rennen Und so geht es dann halt weiter Zwei freie Tage in der Woche Und da macht man eigentlich nur Kompensation Sprich so ein bisschen Wiederherstellung Und sicherlich kein konzentriertes Training mehr Saisonstart ist Anfang Februar Für das Team Telekom begann sie so erfolgreich, wie die alte geendet hatte Erster Höhepunkt ist der Klassiker Mailand Sanremo im März Traditionell präsentieren sich hier die neuen Teams einer breiten Öffentlichkeit Das Team US Postal Service ist auf Carbon Rädern von Track unterwegs Montiert sind Komponenten des japanischen Konzerns Shimano Der noch immer auf den ersten Tour de France Sieg wartet Der Bremsschaltgriff funktioniert etwas anders als der von Campagnolo Technisch stehen sich die Systeme in nichts nach Die amerikanischen Räder beleben den Radsport vor allem mit der neuen Oversized Optik Sogar, welch Sakrileg, beim italienischen Team Saeco Cannendales Alu-Rahmen wollen ihre Mountainbike Herkunft bewusst nicht verleugnen Die feingliedrigen Spinergy Carbon Laufräder setzen dazu einen gewollten Kontrast Vor allem aber bieten die Cannendale Räder eine integrierte Federung im Gabelschaft Die Technik der Zukunft? Bei Mailand Sanremo jedenfalls wird sie noch nicht angesetzt Die Räder des Teams Telekom entstehen bei Pinarello im norditalienischen Treviso Bjarne Ries nutzt seinen Einsatz beim Rennen Mailand Sanremo zu einem kurzen Abstecher Als Berater dabei Uli Schoberer Fausto Pinarello hat ein neues Zeitfahrrad konstruiert Statt aus Stahl, wie im letzten Jahr, besteht es nun aus Aluminium Es ist dadurch ein Kilo leichter als das Vorjahresrad und soll eine noch günstigere Sitzposition ermöglichen Auch die neuen normalen Räder für das Team Telekom bestehen in diesem Jahr aus einer neuen Aluminiumlegierung Perfektionist Ries bei der Begutachtung Ist Aluminium das Rahmenmaterial der Zukunft oder warten bereits andere Werkstoffe auf den Einsatz? Ich bin Rahmenbauer Wir hoffen, dass uns die Metallfirmen neue Materialien präsentieren Vielleicht Alu, Stahl, Titan, Beryllium oder ähnliches, die wir in Zukunft im Rahmenbau verwenden können Wenige Kilometer von Treviso entfernt, in Bassano del Grappa, wird mit solchen Materialien experimentiert Im Metallwerk entstehen vor allem Rohre aus allen erdenklichen Aluminiumlegierungen Alberto Battistello verarbeitet sie zwei Straßen weiter zu Fahrradrahmen Battistellos Erfahrung mit Alu und Titanlegierungen nutzen viele Hersteller, um bei ihm fertigen zu lassen Bis zum vergangenen Jahr kamen auch alle Pinarello-Alu-Räder aus seiner Fabrik Ständig ist der Ingenieur auf der Suche nach neuen, noch besseren Materialien Battistellos Favoriten sind derzeit sogenannte Metal-Matrix-Komposit-Werkstoffe, MMC In einer Matrix aus Aluminium sind viele kleine Keramikpartikel eingelagert, die bei gleicher Wandstärke für deutlich mehr Festigkeit sorgen Neue Schweißverfahren für derartige Materialien zu entwickeln, ist für Battistello eine Herausforderung Besonders stolz ist er auf seine neueste Kreation, ein MMC-Rahmen mit einer Matrix aus Magnesium Gewicht ganze 1,02 Kilo, ein halbes Kilo weniger als die leichtesten Stahlrahmen Aber auch die Zeit von Stahl, glaubt der Ingenieur, ist noch nicht vorbei Auch beim Stahl gibt es Neuheiten In Italien ist Chrom Molybden die Standardlegierung Aber wir testen gerade eine neue Legierung aus den USA, Hermet 100 Das Material ist 50% fester als Chrom Molybden Der neue Wunderstahl im Härtefiss Hier zum Vergleich ein gleich starkes Rohr aus herkömmlichem Chrom Molybden Stahl Zurück in Mailand Spätestens am Start interessiert keinen der Fahrer mehr, ob sein Rad aus Stahl oder Alu gefertigt ist Jetzt zählt nur die Taktik Im Normalfall geht es natürlich erstmal für Erik Erik hat super Form, hat einige Rennen gewonnen im Frühjahr Und wir müssen sicherlich mit einigen Leuten über die Cipressa kommen Und damit den Poggio halt versuchen, uns Rennen so weit unter Kontrolle zu halten Dass Erik eine reelle Chance hat Im Sprint kann er alle schlagen An Massensprints wird es sicherlich ganz bestimmt nicht Aber wenn eine Gruppe von 20 ankommt, dann hat er eine Chance zu gewinnen Poggio und Cipressa Mailand Sanremo Veteranen wie Rolf Aldag haben schon am Start Des fast 300 Kilometer langen Klassikers nichts anderes im Kopf Das Streckenprofil ist auf den ersten Blick nicht besonders respekt einflößend Wenn dann nicht diese beiden Erhebungen kurz vor dem Ziel wären In den letzten Jahren hat sich das Rennen immer erst hier entschieden Wegen der Länge des Rennens gibt es unterwegs zwei Verpflegungsstationen Am Start haben die Radler schon Reiskuchen, Frischkäse, Brötchen, Energieriegel und Energiekonzentrat in die Trikottaschen gestopft Nach 100 Kilometern wartet die gleiche Ration noch einmal Und bei Kilometer 223 gibt es noch einen kleinen Nachschlag Bei der ersten Verpflegungsstation trifft das Feld erwartungsgemäß noch beschlossen ein Die Cipressa, der erste der beiden gefürchteten Schlussanstiege Stefano della Santa versucht sein Heil in der Flucht Das Feld kann ihn aber bald darauf stellen Vorne mit dabei Topsprinter Erik Zabel Kurz darauf der Poggio Erik Zabel hat auch hier keine Probleme mitzuhalten Eine etwa 30-köpfige Spitzengruppe biegt auf die Zielgerade ein Ein gutes Auge und die schnellsten Muskelfasern geben nun den Ausschlag Zabel gewinnt Gestürzt wird erst hinter ihm Ohne ernste Verletzungen Sprinter sind hart im Nehmen Der Rennkalender lässt nur wenig Zeit zum Auskosten des Triumphs Der Rennkalender lässt nur wenig Zeit zum Auskosten des Triumphs Zwei Fahrer von US Postal Service wollen mit einem vollgefederten Rad antreten Technische Innovationen haben hier Tradition Tribut an die Strecke, die als das schwerste Eintagesrennen der Welt gilt 50 der insgesamt 270 Kilometer führen über Kopfsteinpflaster der übelsten Art Zum einen ist es natürlich bequemer für mich Zum anderen dürfte aber auch die Kraftübertragung effizienter sein, weil das Hinterrad nie den Kontakt zum Pflaster verliert Auch die Saeko Fahrer treten nun geschlossen mit ihrer Vorderrad Federung an Bei Cannondale glaubt man, dass sich das neue Headshock System bald auch in Rennen auf normalen Straßen durchsetzen wird Dadurch, dass das Rad am Boden haften bleibt, ist die Fahrt kontrollierbarer Dadurch, dass das Rad über die Hindernisse gleitet, anstatt vom Hindernis gebremst wird kommt man eben auch schneller über die Hindernisse Und Hindernisse, auch wenn sehr, sehr kleine, gibt es auch auf fast perfekten Asphalt Das heißt, der Rollwiderstand wird vermindert Das heißt, man kann schneller fahren Und drittens, aber auch wichtig für die Profis, ist, dass man dadurch weniger ermüdet Das heißt, man kann länger, schneller fahren Aber hat die Federung auf normalen Straßen nicht auch Nachteile? Es kann ja auch sein, dass der Fahrer eine halbe Stunde, eine ganze Stunde bergauf tritt Und auf dem Lenker ein größtes Teil des Gewichtes hat und dort richtig forcieren will Das haben wir dadurch gelöst, dass man die Federung blockieren kann, wenn man das Bedürfnis hat Und das geht so, das hat einen ganz einfachen Drehknopf auf dem Vorbau Der ist offen und dann federt die Gabel Und man kann ihn schliessen mit einer einfachen Drehung Und dann ist es blockiert und das Rad verhält sich, wie sich der Fahrer seit 100 Jahren gewohnt ist Beim Team Telekom ist am Vortag des Rennens Bastlerarbeit angesagt Die Pinarello-Räder bekommen eine Federgabel des amerikanischen Mountainbike-Spezialisten RockShox Auch diese Gabeln verfügen inzwischen über einen einfachen Blockiermechanismus Ich hoffe, dass da einige Stöße über das Vorderrad ein bisschen absorbiert werden Und der Effekt könnte sein, dass vielleicht der Vorderreifen länger hält Wolf Aldag, Bert Dietz und Mechaniker Jean-Marc van den Berge diskutieren noch das Für und Wider Wenn man sich jetzt ziemlich fest den Lenker festhält Und die Finger, legt man kaum noch die Finger auseinander Und die Arme werden bis zum Ellenbogen so richtig taub Und dem kann man eigentlich entgehen, indem man diese Federgabel fährt Das ist eigentlich, sag ich mal, einfach bloß eine Bequemlichkeit Aber die vielleicht doch über die Länge der Strecke, denke ich mal, vielleicht einen Vorteil bringt Für mich spricht dagegen, ja Eigentlich ist es eine Sache des Komforts Und ich habe eigentlich mit den Händen und mit dem Rücken keine Probleme jetzt auch mit der Stahlgabel zu fahren Und ich sehe es eigentlich so Also rein subjektiv her, sag ich mal, taucht der Reifen halt in die Löcher ein mit einer Rockshot Und man fährt jedes Mal praktisch wieder hoch Entgegen bei der Stahlgabel rattert man mehr übers Pflaster Also man fällt nicht so extrem in die Löcher Sicherlich ist es angenehmer, aber wenn man langsamer ist, ist eine Rockshot sicherlich angenehmer Darum sage ich mal so, wenn es extrem nass ist, wird das Rennen viel langsamer Fahre ich auch mit einer Federgabel, mit einer Rockshot Aber solange wie es trocken ist und man Schwung hat, fährt man sicherlich besser mit einer Stahlgabel Also von Gefühl her, für mich subjektiv ist es schneller mit einer Stahlgabel Compegne, traditioneller Startort von Paris-Roubaix, am Morgen drauf Das Wetter ist gut und so hat Rolf Aldag eine normale Stahlgabel montieren lassen Bis auf Nachrücker, Michael Lafis, setzen die übrigen Telekom-Piloten auf die Rockshox-Federgabel Die vollgefederten Räder von US Postal sucht man am Start vergebens Der Radsportverband zeigte sich wieder mal als Verhinderer technischer Innovationen und hatte sie am Abend zuvor verboten Auch bei trockenem Wetter verlangt Paris-Roubaix Fahrern und Material alles ab Von 177 Startern sollten diesmal nur 75 das Rennen beenden Einfahrt ins Velodrom von Roubaix Eine Achtergruppe konnte sich absetzen Am Schluss hat der bis dahin weitgehend unbekannte Frederic Guedon die Nase vorn Eine Federgabel hatte er nicht, doch das interessiert in diesem Moment kaum jemand Bert Dietz war lange vorn mit dabei, musste sich dann aber mit Platz 37 begnügen Mit 8 Minuten Rückstand auf den Sieger Der technische Teufel lag bei ihm im Detail Ich war eigentlich relativ gut dabei Ich bin dann ab und zu immer aus der Pedale rausgekommen Da kommt irgendwie die Schubbette War auch nicht in Ordnung oder was Und dann war der Zug abgefahren Und Erik hat nochmal Reifenschaden gehabt Da sind wir nochmal gefahren ein Stück Aber am Schluss hat er mein Rad noch geschliffen Die Speichen sich losgedreht übers Flaster Auf die Steine war ich schlecht, aber natürlich da war ich auf die Straße Rolf Aldag kam gleich hinter der Spitzengruppe ins Ziel Und belegte einen hervorragenden 9. Platz Als Bester vom Team Telekom Ohne Federgabel Und wie geht es seinen Händen? Im ersten Jahr hatte ich also schon Probleme Am nächsten Tag, also am Montag drauf Ein Marmelanglas zu öffnen, weil halt die Finger unheimlich geschwollen waren Die Fingergelenke im Besonderen Und überhaupt keine Kraft mehr in der Hand war Aber es ist sehr, sehr viel Technik Sache Wie man einen Lenker hält, ob man halt völlig verkrampft Oder ob man die Hände locker auf dem Lenker liegen hat Jetzt habe ich es glaube ich soweit ganz gut raus Und ich muss also sagen, ich bin in diesem Jahr fast nur auf den Kopfsteinpflaster gefahren Also sicherlich 95% auf den Kopfsteinpflaster Es gibt halt sehr viele Rennfahrer, die fahren halt nebenan in groben Schotter Aber ist das Risiko platt zu fahren natürlich noch größer Das mörderische Pflaster von Paris-Roubaix ist die einzige Rennstrecke, an die die Fahrräder speziell angepasst werden In der Regel werden, ob auf Bergstrecken oder im Flachland, die gleichen Räder gefahren Ließe sich da nicht viel mehr optimieren? Tour de France 96 Einzelzeitfahren nach Val d'Isère 15 Kilometer flach, 15 Kilometer Steigung Die Radsportzeitschrift Tour hat exemplarisch für diese Etappe ein optimales Fahrrad zusammengestellt Jan Ries wurde damals mit 35 Sekunden Rückstand zweiter Hätte ihm das Tour-Spezialrad den Sieg gebracht? Das Optimierungsproblem bei der Etappe besteht darin, gutes Gewicht mit guter Aerodynamik zu verknüpfen Weil es geht gegen die Zeit und gegen den Berg Und ich muss so leicht wie möglich sein, das leuchtet sofort ein Aber auf den flacheren Abschnitten zählt auch die Aerodynamik Und nur wenn ich beides in Einklang miteinander bringe, erziele ich ein optimales Ergebnis Ohne Rücksicht auf Sponsor- und Ausrüsterverträge nehmen zu müssen Unterzogen die Touringenieure alle Teile des Rades einer Revision Ein zwar nicht besonders stabiler, aber extrem leichter Alu-Rahmen ist für diese Etappe genau wichtig Auch die Kohlefasergabel ist extrem leicht, sie spart samt Vorbau 300 Gramm Ein Kettenblatt statt zwei halten die Touringenieure bei dieser Etappe für völlig ausreichend Das spart auch den zweiten Schaltgriff Die Bremsen brauchen auf dieser Strecke nicht besonders kräftig zuzupacken Darum reicht ein leichtgewichtiges Paar Mit dem Lenkeraufsatz beginnen die Kompromisse Natürlich erhöht er das Gewicht um 200 Gramm, sorgt aber gleichzeitig für erheblich bessere Aerodynamik Ähnliches gilt für das Hinterrad Das höhere Gewicht der Scheibe kostet rechnerisch drei Sekunden auf dieser Strecke Ihre bessere Aerodynamik bringt aber 14 Die Scheibe hinten also ein absolutes Muss Vorne kommt ein leichtes Kohlefaserrad zum Einsatz Errechneter Gesamtvorteil des Spezialrades 54 Sekunden Für Bjarne Ries hätte das auf der Etappe Platz 1 bedeutet Der Fahrer gibt immer den Ausschlag Der Fahrer, die Maschine macht 95, 96, 97 Prozent Kommt auf die Tagesform an, auf alles Aber wenn zwei Fahrer gleich gut sind am gleichen Tag Dann gewinnt ganz klar der mit dem besseren Material Und wenn man das professionell betreibt, gibt es da eigentlich keine Fragen Ansätze zur Optimierung immerhin gibt es bei den Rennstellungen Sechzehnte Etappe der letztjährigen Tour Bjarne Ries erstürmt in atemberaubender Manier den Gipfel nach Lourdes-Otacan Was kaum jemand wusste, er war dafür auf ein extrem leichtes Spezialrad umgestiegen Das Fausto Pinarello ihm erst am Abend zuvor zusammengestellt hatte Mit heißer Nadel gelötet sozusagen Giro d'Italia 97 Ivan Gotti und Pavel Tonkov kämpften um den Sieg Telekom-Fahrer können nicht eingreifen Mitten in der Saison hat die Teamleitung Zwangsurlaub verordnet Was vor wenigen Jahren noch undenkbar war, gilt heute als einer der Schlüssel zum Erfolg bei der Tour de France Für Leichtgewicht Ivan Gotti aus dem Saeco Team Haben die Cannondale Ingenieure übrigens ebenfalls ein extrem leichtes Spezialrad konstruiert Den Giro hat der 60 Kilo Fahrer damit gewonnen Mehr Schlagzeilen allerdings machte der Giro 97 mit dem Thema Doping Vier Fahrer wurden ausgeschlossen Und Nationalheld Claudio Chiapucci durfte nicht einmal starten Epo Erythropoietin soll bei ihren Leistungen nachgeholfen haben Und wohl nicht nur bei ihnen Dass es eingesetzt wird, glaube ich mittlerweile schon Wir haben sehr viele Berichte von Seiten der Radfahrer selber Wir haben auch Informationen von Mitarbeitern, die im Radsport tätig sind Die uns zum Teil auch Präparate gezeigt haben, die verwendet werden Wir wissen allerdings nicht, wie umfangreich das tatsächlich gemacht wird Das gentechnisch hergestellte Hormon fördert die Bildung roter Blutkörperchen Das Blut kann dadurch mehr Sauerstoff transportieren Die Leistung explodiert Bei nur leicht zu hoher Dosierung aber, wird das Blut zähflüssig wie Ketchup Ein Herzinfarkt droht Künstliches Epo lässt sich noch nicht von körpereigenem unterscheiden Epo Doping ist also nicht direkt nachzuweisen Die Kontrolleure des Radsportverbandes zählen daher die roten Blutkörperchen Und unterstellen ab einem bestimmten Wert, dass etwas nicht stimmt Liegt der Anteil fester zu flüssiger Bestandteile im Blut Der Hämatokritwert über 50% wird der Fahrer für zwei Wochen gesperrt Offiziell nicht wegen Doping, sondern wegen möglicher Gesundheitsgefahren Ein Grenzwert von 50 aber, kann durchaus noch im Normalbereich liegen Besonders etwa nach einem Höhentraining, glauben viele Ärzte Drohen bei der Tour de France weitere Sperren? Es ist zu erwarten, dass einige Fahrer über 50% liegen könnten Allein schon aus gesundheitlichen Gründen, bei Infekten Beziehungsweise vor allem bei Magen-Darm-Infekten Mit hohen Flüssigkeitsverlusten, kommt es sehr leicht zu werden Über 50%, so wie es unserer Erfahrung entspricht Deswegen ist es zu erwarten, dass durchaus jemand noch über 50% liegen kann Was nicht unbedingt der Karriere des Fahrers förderlich ist Und auch nicht unbedingt der Wahrheitsfindung förderlich ist Trotzdem muss man sagen, dass der Bluttest an sich so zu befürworten ist Dass auch von unserer Seite unterstützt wird Es wäre sinnvoller mit einem anderen Grenzwert Aber es ist besser, wir machen mit dem Grenzwert Als mit den Gerüchten weiter 4, 1, 2, 1, stopp! 5. Juli Keine Zwischenfälle beim Start der Tour de France 97 Alle getesteten Fahrer lagen unter dem Blut Grenzwert Wissenschaft, Hightech, Medizin Garantieren Sie den Erfolg im Radsport? Sie haben den Sport verändert, aber heute wie damals ist es immer noch der Fahrer, der den Ausschlag gibt Das heißt, das beste Gefährt hilft nicht, wenn die Leistung nicht stimmt Das heißt, wenn man ein Formel 1 Auto hat, wo kein gescheiter Motor drin ist, dann hilft das beste Fahrgestell nicht Aber jetzt kommt nicht weg, der Start Ich wusste schon, dass es sehr schwer war, aber alles ist schwer Aber man muss auch Ziele haben und jetzt habe ich das geschafft Wenn du so einen Wunsch offen hättest, ein Material oder ein technisches Hilfsmittel, gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest? Ja gut, wir können mal einen Motor reinbauen Fantastisch Es ist einfach eine super Mannschaft Super Fahrer Alle haben hundertprozentig für mich gefahren, das war einfach super Ansonsten muss man im Fit sein und muss einfach schnell Radfahren gehen Und wir können uns im flachen Westen Frankreichs und durchqueren die Normandie auf dem Weg in die Bretagne 56 Kilometer noch sind zu fahren Vier Fahrer hatten sich nach 80 der Zeit